. Fall bei der Weddingplanung, Eugens Name stimmt nicht. Solange das der einzige Fehler bleibt. . YouTube-Star der GB, 23, will nächstes Jahr endlich Filmemacher Eugen Katzakow heiraten. . Die Vorbereitungen sind gerade in vollem Gange, da kommt es zu einem dicken Feig, Nachname wird auf den ersten Einladungskarten falsch geschrieben, ich habe überall nochmal nachgeguckt, in der Datei und so weiter und so fort, aber anstatt Katzakow mit V hat sie es mit W geschrieben. . Und sie kann sich auch nicht erklären, wie das passieren konnte. .